Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir Fortnite und ich habe mir gedacht, das ist ja jetzt bald zu Ende Fortnite mehr. Da habe ich gedacht, tun wir heute noch mal ein bisschen Fortnite zocken. Ich werde auf jeden Fall noch ein Halloween Special hochladen und das wird ein sehr gruseliges Spiel. Ich empfehle es auf jeden Fall ab 18. Das ist nämlich The Evil Within oder wie das heißt. Das ist ein richtig gruseliges Horrorspiel. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich, ich weiß gar nicht mehr. Was hatte ich letztes Jahr für ein Halloween Special? Dieses Jahr kommt das Halloween Special auch ein bisschen eher. Nicht erst am 31. Sondern wahrscheinlich denke ich mal schon morgen. Weiß ich aber noch nicht. Und wenn alles gut geht, kommt das morgen online. Heute noch mal ein Fortnite. Und morgen kommt dann, ja, denke ich mal das Halloween Video. Weil eventuell werde ich dieses Jahr mal an Halloween streamen. Ich weiß es noch nicht. Eventuell Mittwoch und Donnerstag. An beiden Tagen. Abends. Ab 20 Uhr. Aber das ist noch nicht fest. Noch stream ich nicht. Aber ich denke mal. Mal gucken. Am 31. würde ich eigentlich auf jeden Fall klingeln gehen. Ist geplant eigentlich. Aber vielleicht doch streamen mal sehen. Ist noch nicht so fest jetzt gemacht. Aber eventuell. Ja. Nach Halloween. kommen auch mal wieder ein paar mehr Videos. Auf jeden Fall. Zeigen ich euch jetzt schon. Aber gibt es in dem Haus keine Waffen. Ist ja nichts. In dem Ding. Ja toll. Da richtig Mist. Na ja. Ist immer so. Ich brauche Waffen. Eventuell da drüben. In dem Kapoff. Oh ja. Ist auf jeden Fall schon etwas. Ob das was bringt. Weiß ich halt nicht. Weil die Sonne ist so gut. Das ist grau. Und da ist ich habe vor kurz noch mal eine Nachricht bekommen. Wann es mit Formel 1 mal wieder richtig weitergeht. Mit F1 2017. Und ja. Ich weiß nicht. Soll ich mit F1 2017 noch weiter machen. Oder nicht. Soll ich mehr Fortnite streamen. Mehr Formel 1. Schreib es gerne in die Kommentare rein. Denn wer es meine Community nie will. Das bekommt sie natürlich auch. Ihr könnt auch. Ihr könnt auch Spiele empfehlen. Äh. 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 Reinschreiben. Was ich spielen soll. Ob was ich mir neu runterladen soll. Mal. Was muss für die PS4 sein. Irgendwie Spiel für die PS4. Wo ist hinten eine Waffe. Ist gut. Aber so krankenlos hätte ich bisher noch nicht. Hm. Naja. Das einzige was ich hier die ganze Zeit mache. Dann wollen wir abholzen. Ich gehe mal zu der Mühle. Hm. Stimme hat mich okay. Nicht mehr richtig. Was ist denn das? Ist das für ein gelandeter Traumschiff? Ne. Ist ja mal zu. Hä? Hm. Was. Ist das zu das Raumschiff oder? Die andere Windmühle. Okay. Hier oben ist auf jeden Fall eine Truhe. Hm. Dann gehen wir mal hin. Hm. Na ja. Ist noch eine. Irgendwo. Hm. Hm. Na. Ist nicht so gut. Ich gehe lieber die schnelle Waffe mit. Hm. Die ist ein bisschen besser. Ich glaube hier war es nicht mehr so möglich. Und er öffnet das Raumschiff wenn ich jetzt komme. Da sind die Türen zu. Ist jemand. Hm. Hat er mich gar nicht gesehen. Uh. Nice. Das scheint kranker Loot zu sein. Alla. Was geht denn hier auf? Hm. Hm. Das ist nice. Hier ist auf jeden Fall kranker Loot drin. Wie komme ich hier rein? Kann ich jetzt halt abbauen? Nee. Hm. Wissen. Aber eigentlich landet das und ist das sofort offen. Oder gibt's das jetzt nicht mal das Raumschiff? Steht das jetzt bloß mal so da. Zur Deko. Oh shit. Shit. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich rede auch nicht wo ich hin muss. Ich gehe mal Richtung Boomstadt. Hm. Hm. Ah, sind wir wieder bei der Tankstelle wo ich im Livestream letztens war. Oder ist jemand? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Der kommt von hier drüben jetzt. Wo ist er? Oh Gott. Easy auf jeden fall gerade. Zwei Kirchschirn, nice. Boing. Gehen wir mal hier hoch. Wenn wir mal hoch können. Können wir auch ein bisschen mitnehmen. Metall brauche ich auch ein bisschen. So. So. So, mal eine Maräne in das Ding. Kann man sich irgendwas holen? Was ist das Verlass? Na, selten. Da brauchen wir das, brauchen wir nicht. Hier beim Medikit. Ist das ein neuer hier? Ne. Das ist aber eine andere Tankstelle, ne? Oh, oh, oh. Nein. Junge. Der im Medikit und Scheiß Kettensägen immer. Hat man keine Chance. Wie steht der AFK rum, oder was? Trotzig gerade, dass er mich getötet hat. Platz 30. Komm, ne kleine Runde machen wir noch. Wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. In der letzten. Für heute. Da landen wir. So. Busfahrer haben wir gegrüßt. Gut. Und runter. Ich finde das jetzt immer so cool, dass man jetzt von weit da raus springt. Also, dass das dann immer so ranzoomt erst an den Charakter. Das war damals noch wenn ihr so. Also, das ist auch schon einige Monate so. Ja, bei der Tankstelle. Ich glaube, da landet welcher. Also, das ist eine andere hier. Das sind nicht die Tankstelle, wo ich eben war. Das ist wieder eine andere hier. Sieht zwar fast gleich aus, aber mit dem komischen Dreh, da landet jemand. Da landet jemand, da landet jemand. Shit. Richtig am reinkacken hier. Scheiße. Es lohnt sich jetzt erstmal kein Holz. Was ist denn jetzt? Hä? Wieso? Komm ich nicht hier hoch? Oh, nee. Hier sind Ohlen da, heute. Scheiße. Ich muss hier irgendwo hin. Irgendwie hier weg. Komm. Guck Gummi. Gibt es irgendwo versteckte Orte, wo es irgendwas gibt. Aber erstmal das Wasser. Gibt es nirgends was. Das einzige, was man wenigstens hat mit dem Auto. Ich hoffe, dass hier jetzt niemand ist. Jetzt finde ich schon mal eine Waffe. So, hallo. Ist hier jemand zu Hause? Ich gehe gleich wieder. Ich will nur mal ein bisschen einbrechen hier. Ein bisschen weg. Ich glaube bloß mal eure Waffen. Ne, ich muss noch hoch. Ich glaube, wir waren mal vor ins Ohr drin. Ne, die sind ja Kisten, so wie es aussieht. Zumindest höre ich wenigstens hier. Oh, nice. Da riecht so ein Sprudel nach den Hohen. Spinnen wir uns erstmal. Hauen wir uns rin. So, dann noch die Kiste. Nice. Guck mal, ich kann noch ein bisschen länger mitnehmen. Ne. So. Hier ist vorne rein. Da ist bloß Munition. Und raus aus den Dingen. Da komm. Da haben wir so Holz. Holz habe ich auch keines. Das vorne ein bisschen mitnehmen. So. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Stein. Dann nehmen wir hier den Fenton. Da kommt den großen Baum, den wir auch noch mit. Oh, shit. Können wir da wieder flöten hier. Was ist hier noch drin? Komm mal rein. Das geht schneller. So. Gut. Müssen wir jetzt. Ich geh mal hier. Richtung Frickifields. Richtung Frickifields. Kann mit dabei sein. Vielleicht nicht das Richtige, sondern ein bisschen umgebaut. Ich glaube in Chapter 2 war Tell the Tower noch drin. Und auch hier andere Orte wie Blesen Park, denke ich mal auch. Dass das noch da ist. Mal gucken. Blesen Park. Das müsste eigentlich noch da sein. Denke ich mal. Das war schön. Chapter 2 habe ich nie wirklich gespielt. Chapter 1 schon ein bisschen auf dem Laptop damals. Hat aber komplett gehangen. Aber Chapter 2 habe ich gar nicht gespielt. Da habe ich gar kein Fortnite mehr gespielt. Ich habe erst Fortnite wieder angefangen, seit ich den PS4 habe. Und das war Anfang 2021. Es kamen dann auch die ersten Fortnite-Streams hier auf dem Kanal. Das ist von der Lootkiste. Da gehen wir mal hin. Gucken was da. Vielleicht ist da was Ewiges drin. Oder sowas. Hier ist gerade keiner. Oh ja. Auf jeden Fall ein bisschen Gold. Ein paar Fallen. Und Ewig. Nice. Das brauchen wir nicht. Das nehme ich nie mit. Da kommt jemand. Haha. Da ist das einfach weggefahren. Alles klar. Hallo. Oh, mit dich. Das nehme ich mal. Gib mir. Los. Dann will ich aber das weg haben. Warte mal. Oh shit. Das brauchen wir auch dann. Warte mal. So. Nice. Was war das gerade? Ich dachte gerade, ich sehe Regen dann. Aber da kommt ja schon wieder der Typ. Wie der da reingeguckt hat. Der denkt, ich war ja drin. Wie der da reingeguckt hat, der Typ. So ein Affe, ey. Guckt der da rein und ich bin dahinter. Danke fürs Auto. Nimm mal. Renn in die Karre. Ich glaube, da hinten läuft jemand. Boah, ich hab das Auto sogar. Ich dachte, es wechselt sich jetzt. Boah, wo kommt? Wem bringt man das her? Ich glaube, da wird es natürlich nicht so laut dahin. Warte, da oben. Irgendwas ist das am besten. Ja, ganz leicht. Na, Alter. Nummer 3 Kills, nice. So. 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 Und nochmal wieder ein bisschen mehr. Gut. So. Mal gucken, wie ich wieder zu dem Auto zurückkomme. Irgendwo muss das sein. Aber wo habe ich das Auto? Da ist es. Nimm einfach. So. 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 Doorsiyah. So. 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 Alter, einfach sieben Kitschern. Nice. Ich bin ne Master King heute hier. Nicht ne Master Gaming, sondern ne Master King. Oh, ich muss ihn jetzt auch nicht, ich muss viel weg. Scheiße. Der Tank. Oh nein. Jetzt gehen die Tankfilme. Nee. Frostland. Ich hab gegen Tankmal. Und was Nächste? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020